Musik Ich finde es großartig, wie du mit dieser ganzen Situation umgehst. Ja. Ehrlich. Demi! Komm, behal' dich. Susanne ist da. Also, wenn du irgendwas brauchst, dann melde dich bei mir. Okay? Gracie. Ach, meine Süße. Gracie. Nimm das nicht persönlich. Der kann nicht anders. Mama hat er auch nach zehn Jahren verlassen. Ich werde einem Verkauf von Lack in einem Haus. Niemals zustimmen. Ja. Kannst du mir meinen Anteil auch auszahlen? Das ist die Alternative. Hallo, Mrs. Reitenglass. Ihr Bild ist fertig. Planen Sie eine Scheidungsparty? Nein, ich bin wirklich nicht in der Stimmung. Und abgesehen davon, es gibt ja nicht mal mehr einen Tisch im Haus, an dem alle Gäste Platz haben. Das ist doch wirklich das geringste Problem. Tisch war gestern. Anne und Graham. Grace. Herzlich willkommen. Und vielen Dank für diese köstliche Weinauswahl. Sieht toll aus. Danke. Ja. Dann sucht euch doch die schönsten Kissen aus. Sie sollten sich in Ihrem Zustand nicht ein bisschen mehr Ruhe gönnen. Sie haben auch keine Sekunde Pause gemacht. Und was genau geht Sie meinen Zustand an? Überhaupt nichts. Weißt du zufällig, an was Mr. Cormick gerade arbeitet? Er hat was von der Sanierung eines alten Hauses gesagt. Kennen Sie Lack in einem Haus? Das Anwesen von Grace Wagenblas, ja. Und von mir. Ich bin Ihre Schwester. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Deckenbalken von Hausbock befallen sind. Ich habe schon lange nicht mehr so einen fruchtigen Melo erlebt. If you would follow me. Sie werden es noch bereuen, dass Sie mich zum Bleiben überredet haben. Sagen Sie mal, was ist eigentlich los mit Ihnen? Sie tun schon den ganzen Tag so, als hätte ich Sie zum Abschlussball versetzt. Rufen Sie doch meine Schwester an. Die Nummer kennen Sie ja bereits. Die kann ich Ihnen am besten erklären. Was war das denn? Was war das denn? Slim! Los, schnell! Wir brauchen die große Leiter. Heilung! Heilung! Dann ist jetzt alles vorbei. Wünsch mir Glück. road helped you get rapportieren. Wir müssen aber auch nach천en. Wir müssen danach also in derart. Wir müssen dann was nachzentigen. paying nachzendearen haben uns immer noch schwer acres. Das wäre uns거든요.